Rette kostbarstes Wissen vor der Internetzensur. Ein Totalverbot freier Medien rückt mit jedem Tag näher und ist erklärtes Ziel der globalen Agenda. Nicht mit uns. Workshop KlaTV kennenlernen und sichern. Wann? Samstag, 23. November 2024. Wo? Beim KlaTV-Team in deiner Region. KlaTV-Teams sind allerorts aktiv. Sie helfen dir Schritt für Schritt tausende Sendungen auf deinem Computer zu speichern. Sei dabei! Eine unbezahlbare Investition in die Zukunft zum Nulltarif. Erfahre mehr und melde dich heute an unter dem Link www.kla.tv. KlaTV ist mehr als ein TV-Sender. Hinter KlaTV steht eine Bewegung, die sich mit Herz und Leidenschaft für freie Berichterstattung einsetzt. Tausende Menschen haben jahrelang ehrenamtlich und wirklich hart gearbeitet, um unverfälschte Geschichtsschreibung auf KlaTV zu dokumentieren. Die Zeiten sind angespannt. Dieser unbezahlbare Arbeitswert könnte von einem Tag auf den anderen vom Internet verbannt werden. Am Samstag, den 23. November 2024, werden wir in weißer Voraussicht der Totalsensur zuvorkommen. Sei dabei an unserem Workshop KlaTV kennenlernen und sichern. Und sichere das historische KlaTV-Archiv auf deinem eigenen Computer. Wir begleiten dich Schritt für Schritt. Workshop KlaTV kennenlernen und sichern. Erfahre mehr und melde dich heute an unter dem Link www.kla.tv. Alles unentgeltlich inklusive Verpflegung. Weil wir so sind. Wir freuen uns auf dich. Hey, bist du auch dabei? Klar, das ist meine Nummer 1. Hey!